Hallo, hallo. So, zweiter Teil und da möchte ich mal schauen, was ich da für dieses Album noch an Dekopapier mir aussuchen werden, was mir gefällt. An die zwei, das werden vielleicht ein Stück. Ich glaube, dass es so ist, die Mitte ist so gelbe, ich wähle ja immer so die Papiere aus, wenn ich auf der Suche bin, was mich da in Frage kommt. Na ja, auch das noch. So, dass wir, komm, auch noch, so, blumig kommt es. Irgendwie, so ist es. Ne, es ist kein Spiegel. Perfekt. Ja, das ist grau. Ja, ganz einfach. Oder soll ich das gestreifte noch nehmen, ne? Dann habe ich das gestreifte von hier. Und was wäre dann noch? So, ich gehe auf die Punkte nochmal. Sieht so aus. Okay, das hier. Und dann werde ich mal ausmissen. Ist ja klar, aber... Wie weit möchte ich denn die Größe haben? So ein paar... Ich glaube, ein Viertel... Viertel weniger, ne? Ein Viertel weniger. Oder ein Achtel. Ja... Ja... Viertel weniger. So, ich glaube, ein Achtel jetzt dann. Aber ich schau... Wie weit. Kommt schon eine Menge, ne? Aber man muss ja nicht alle Seiten... Man kann hier eine Seite freilassen für... Foto und dann eben vorne oder da... Mit so einem... Dekopapier... Aufkleben, ne? So, ich schau... Der Kleberand... Wie ist das gut? So, dann wird es... Bei vier... Geschnitten... Und... Fünf eineinhalb, dann ist es... Fünf... Drei Achtel, ne? Ich würde sagen... Fünf drei Achtel... Hat man... Ganz wenig Arand... Ja... Doch... Es ist... Oder mehr... Ne, so ist es schön... Okay, dann habe ich das... Okay, dann kann ich dann hier zwei... Oder... Mehrere... So, das ist das... So, und dann bekomme ich aus einem Bogen... Bekomme ich drei... Drei Mal zwei... Sechs... Sechs Stück raus, ne? Da kann man dann... Wieben, ne? So... Habe ich dann... Sechs Stück... Und dann mache ich auch die noch... Zwölf mal zwölf... Ne, klar... Bei vier... Wenn man vier... Nehmt... Dann passt es... Hier hat man... Genug... Drei Mal... Und dann... Fünf drei Achtel wieder... Ja... Mal schauen, ob es reicht... Dieses Papier, was ich da ausgesucht habe, ne? Vielleicht muss ich da noch was... Obwohl... 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 Ich... Habe ja... Überlegt, dass ich nicht... Alle Flächen werde... Ähm... Bekleben, ne? Was ist das hier? So... Habe jetzt... Die ganze... Ich glaube vier Wurgen... Ja... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf, ne? Okay... Zugesteckt dann... So... Dann kann ich mal schauen, was ich... Ja... Ich werde es so machen, dass ich... Auf... Jedem Blatt mal... Eine... Ein Design Papier... Habe, ne? Von... Welcher Seite auch immer, aber... Es wird dann... Sich... So dann... Besser machen, dass es nicht zu dick wird... Das werde ich mir dann so wahrscheinlich auch... Bisschen mal... Verteilen... Ja... Warte mal... Das war der... Das dann da... Dann... Hier... Ähm... Die es ab... Und dann... 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 Die es ab... Die es ab... Das hier, dann das hier, ja du kommst dann, dann gar nicht so einfach, aber doch, ja, wir kriegen das, und dann hier, so, hier so, und dann das hier ein, das da, und dann das auch, und dann, oh guck, da bleibt noch viel, da kann ich noch auch weiter, was noch, die weitere Blätter noch machen, ne, aber ja, doch, interessant, ne, okay, so, werde ich dann festkleben, und eventuell noch weiter dekorieren, so, ich mach dann auf der Stelle erstmal Schluss, und hoffe, dass ich morgen dann noch weiter machen kann, mal schauen, okay, so, bis dann, danke fürs Zuschauen, tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.